Alter, ist das krass. Ich komme, Schatz. Wir probieren es zumindest. Wettspiel. Okay. So gut, Leute, dann lasst du kurz so aufgehen jetzt hier. Es dürfte ja eigentlich auch nicht mehr so lange dauern, bis wir Level abhaben. Ich überlege schon die ganze Zeit, wo ich dann den ersten Punkt rein investieren will. Von der sogenannten Rakete abgezeichnet? Wofür steht denn die Rakete? Ich werde wahrscheinlich den ersten Punkt dann erstmal in Waffencraften investieren. Das glaube ich doch nicht. So, in der Richtung war die irgendwo. Wartet mal. Kann ich mich noch rauszoomen? Kann man gleich mal gucken, wie groß die Karte ist. Okay. So, Leute. Wir müssen hier hin. Oh, eine Schreibmaschine. Super, Kleber. Sturmfeuerzeug. Kann man auf jeden Fall auch gebrauchen. Waffenwerkbank. Okay, nice. Oh, Leute, Leute, Leute. Da sieht man, was hier alles dann möglich sein wird. Alter, alter, alter. Aber wie gesagt, Leute, wir müssen das dann erstmal skillen. Aber das können wir dann bald skillen. Dann brauchen wir nur noch die Materialien und dann können wir die Waffen dann noch schön modifizieren. Oh, das ist genial. So, die Station erstmal wieder verlassen. Wir können jetzt, glaube ich, hier sowieso noch nichts dran machen. Alle Modifizierungs- und Herstellungsstationen an deinen Werkstattorten haben automatisch Zugriff auf alle eingelagerten Gegenstände, aber nur, wenn du die Werkstatt an ihrem Ort freigeschaltet hast. Alles klar. So, ich guck mal, ob hier noch irgendwo was ist. Kann ich mir das irgendwie auf der Karte markieren, dass das jetzt immer hier ist oder so? Ist wiederfinde, das würde mich mal interessieren. Nur eine Werkstatt. Mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, anpassen und entfernen. Du wechselst mit Nimm-Nimm-Nimm und zwischen den Optionen. Du bist um es zu bauen. Ist es dagegen rot, verändere die Position. Werkstattobjekte werden nur aus Komponenten hergestellt. Wenn du ein Objekt baust, werden die benötigten Komponenten automatisch aus Schrottgegenständen wiederverwertet, die sich in deinem Inventar oder im Inventar der Werkstatt befinden. Strukturen. Schrottsauen. Alter, das könnte ich sogar schon bauen, wie es aussieht, hm? Nice. Aber damit werden wir uns dann später auseinandersetzen, Leute. Aber da sieht man schon, das wird hier wie ein eigenes Dorf, was wir hier dann irgendwie großziehen können dann später. Wie eine eigene Festung, besser gesagt. Da freue ich mich schon übelst drauf, aber cool, dass ich jetzt schon mal ganz kurz mal anziehen konnte. Dekoration, Energie, Schutz, Wachposten. Nice. Geschützturme. Das sind sogar übelst viele, guck mal hier. Übelst viele verschiedene. Fallen. Nice, 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 nice. Ressourcen, Läden, Herstellung. Ey, das wird ein richtig eigenes Dorf, was man hier hochziehen kann dann. Nice. So, okay. Was ist denn jetzt hier markiert? Hier sieht man auch Morales hochzig Prozent. Momentan null Leute. Also wir können dann auch diverse Leute dann, scheint, hier irgendwie für anwerben. So, wir machen jetzt so Kotzwürfen. Gleich. Ich guck nochmal kurz. Aber das ist genial Leute, ich freue mich da schon richtig drauf. Na gut, lass jetzt, lass jetzt die Nachbarschaft hier absuchen. Moment, wir müssen hier hin. Hier müssen wir ruhig rein. So. Klar. Hier ist die Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Nicht sehr hilfreich auf jeden Fall. Zufrieden? Das war eine totale Zeitverschwendung. Ich wollte nur helfen, Ma. Vielleicht können Sie es in Concord versuchen. Ich habe doch Leute gesehen und die sind nur minimal schwer bewaffnet. Ich überlege gerade, ich meine, die ist jetzt super pisst, Leute. Sie ist wirklich super pisst. Du schickst mich doch einfach irgendwo hin. Mehr kann ich leider nicht anbieten. Aber Sie wissen es am besten, Ma. Sie werden den kleinen Sean bestimmt finden. So oder so. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Also sonderlich hilfreich war er jetzt wirklich nicht gewesen. Aber er ist immerhin nett und so, ne? Aber sie ist halt trotzdem ein bisschen angenervt gerade. Dreieckig gefaltet, wo ist Flagge? Ja, nehmen wir mit. Ich kann jeden Scheiß mitnehmen, ey. Blähfliege. Nee, Gott sei Dank lebt die nicht mehr. Stimpack. Also lohnt sich auf jeden Fall immer schön in die Spiegel reinzuschauen. Das lohnt sich wirklich ziemlich doll. Plastikkörbel. Spielzeug aus, Baby aus. Lass ich jetzt mal hier das Zeug, oder? Na, ich nehme es mit, bis wir voll sind. So. Okay. Wo sollen wir jetzt hin? Was hat er nochmal gesagt? Guck mal eben. Hier, sieh dich in Concorde um. Also wir werden ja sowieso in unserem Dorf nochmal zurückkommen. Das heißt, wir können uns ja später dann immer noch umschauen. Da würde ich mich jetzt erstmal in diese Richtung hier bewegen wollen. Ich weiß noch mal, ob hier irgendwo was ist. Hier liegt einer. Hier. Oh, nice. Also am Pistolen mangelt das auf jeden Fall nicht. Okay. So, wir wollen die Höchstung hier. Wir schauen uns dann später hier noch genauer um, Leute. Wir müssen ja sowieso dann wieder her. Wir müssen ja rein theoretisch... Ich geh mal über die Brücke. Rein theoretisch müssen wir sowieso auch nochmal in unser Fold rein, weil da war ja was zum Hacken gewesen, oder zum Öffnen. Und immer schön dann auf die Aktionspunkte achten. Ich habe hier einen Zettel von einem Sponsor hier in Diamond City und ich... Das ist ja auch nur das Rad hier, oder? Nee, hier brennt Feuer! Sooo, was kann man denn hier machen? Braten? Red Kackalage, können wir braten. Jo. Oh nein, es gibt sogar Erfahrungsprobleme. So. Ne, können wir nicht machen, oder? Nee. Jo. Okay, Leute. Gebratene Red Kakerlage. Nimm, 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 nimm. Das klingt doch super. Das klingt doch super, super, super lecker. So, hier ist nix. Da ist nicht mein Stimpak drin. So gut. So, weiter in die Richtung jetzt hier. Oh, später Granate. Her damit. Um Granaten zu werfen oder Minen auszulegen, rüsten sie über den Pip-Boy aus und halte er eins gedrückt und das wieder los. Okay. Wird er eigentlich pausiert, wenn wir den Pip-Boy benutzen? Weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich wird pausiert, ne? Ähm, das würde ich gerne die Favoriten hauen, irgendwie. Favoriten zuweisen. Okay, das war die Axt gewesen, das ist die Pistole. Ich hau das mal hier hin. Okay, cool. So, jetzt könnte ich's werfen, alles klar. So, machen wir weiter. Und es wird jetzt langsam dunkel. Davor würde ich ja gerne noch ein Concorde ankommen. Okay, hier hat ein Kampf stattgefunden. Also, wir sind beide gestorben. Der Raider ist was. Impro-Pistole. Schaden 13. Ja, aber unsere scheint deutlich besser zu sein, habe ich so den Eindruck. Scheine improvisierter, oder? Impro steht da bestimmt für improvisiert, würde ich mal schätzen. Schaden 13. Schaden 12. Okay, dann würde ich den Kreuzschlüssel mal ausrüsten. So. Yay. Ah, es wird langsam dunkel. Es wird langsam dunkel. Aber ich glaube, wir sind da. Oh, Hundi, Hundi, Hundi. Bist du böse? Hey. Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Du bist ein Streuner, los geht's. Wie geht das gut? Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Ah. Okay, lass uns zusammenbleiben. Jo. Ein Hund, Hund ist immer gut, Leute. Schaue deinen Hund an und drücke X um ihn Befehle. Hund hat etwas gefunden. Um einen Befehl zu erteilen, besiere einen Ort, ein Objekt oder einen Gegner an und drücke X. Okay. Geh dorthin. Hier drüben. Geh mal hier rein. Untersuch'n Powerrüstungsstation. Guck dir das an. Das ist total cool, Leute. Das ist total niedlich. Reden. Wie geht's dir, Kumpel? Ah, nice. Ah, ich freu' mich. Jetzt sind wir nicht mehr ganz so alleine. Hund ist immer ein angenehmer Bekleider. So viel Zeug, das ist unglaublich. Rattengift. Man weiß ja nicht, wofür man das alles später gebrauchen kann, Leute. Man weiß es ja nicht. Was ist denn los? Was ist denn los? Hier ist irgendwo was. Uah! Uah! Komm her! Komm her hier! Okay, ich hau damit viel langsamer zu als mit dem Schlag. Stopp. Hier wollen wir auch nicht. Alter. Achtung! Komm zu! Ah, ich hab keine Aktionsmunde mehr. Okay, deswegen. Alles klar. Das dauert lange zum Aufladen. Ich glaube, das Schlagstock hat mir besser gefallen. Ich tue das mal wieder aus. Weil der schlägt schon da dazu. Ja, ein bisschen. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Kann mir sofort zumindest. Kannst du da irgendwie jetzt hier aufpassen oder so, Hund? Nee. So, mal noch looten. Maulwürfe. Übelst mutierte Maulwürfe, Alter. Den hat es ganz schön zerteilt. Hab die wieder auf normale Größe gesplittet. Die sehen ekelhaft aus, Alter. Nyeee. Wirklich eklig. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt eine Verwendung hatte für in irgendeiner Form. Sonst waren das da eigentlich immer die Deckel gewesen, oder? Die Korken. Oh, hier kommen immer mehr. Nochmal. Oh, der hat mich noch gebrochen. Ich muss mich ein bisschen beeilen, Leute. Toaster. Hier ist nichts drin. Oh, der ist auch nichts drin. Oh, der ist alles leergeräumt hier. Korken-Korken-Vorrat. Nice. Ich glaube, das ist mehr wert als das Vorkriegsgeld, oder? In den Terminal. Serviceaufzeichnung für Oktober. Geschäftliche Einträge. Neue Ausrüstung installiert. Rosa Farbner Restaurierung. Sichere Verwahrung. Kümmere dich nicht um diese Fässer, bevor du heute Abend Schluss machst. Die Prüfer kommen direkt morgen früh. Versteck sie einfach bei den anderen. Wir überlegen uns später dann eine langfristige Lösung. Ich meine, vielleicht haben die irgendwas Wertvolles versteckt. Hey, wenn du uns die Natur mit einer Höhle direkt unter dem Laden beschenkt, wie kann ich dann eins sagen? Höhle unter dem Laden. Ja, die Service ist interessiert mich jetzt nicht so sehr. Mal pinseln. Scheun oder die? Muss sein. Ist jetzt auch nichts mehr drin? Okay, wir müssen nach einer Höhle gucken. Ich finde es so gut. Telefon. Oh, die sind wieder bestimmt gut was wert. Den habe ich jetzt schon zweimal gelegt. Was machst denn du? Nicht alles kaputt machen. Wir müssen jetzt hier irgendwie, muss ja eine Höhle sein. Einzigartenautomat. Ist leider nichts mehr drin. Ist leergeräumt. Cola, Cola, Cola. Laborstation. Was haben wir denn hier? Drogen, Granaten, Heilung, Injektormunition, Minen, Verwertbares. Butterspritze können wir machen. Fügt dem Ziel über 10 Sekunden 30 Schadenspunkte hinzu. Okay. Ja, wir können es einfach mal machen. Wir können es sogar drei Stück machen. Aber ich würde es nicht, ich habe Angst, dass ich dann das für irgendwas anderes brauche. Aber da kriegt man Erfahrungspunkte. Und fälligen. Juh, let's up, Leute. Station verlassen. Du hast folgende Level erreicht. Stufe 2. So, okay. Jetzt muss ich skillen. Alle Angriffe haben einen bestimmten Schadestyp. Ballistisch, Energie, Strahlung oder Gift. Wenn du Rüstung trägst, erhöht das deine Schadensresistenz gegen bestimmte Schadenstypen. Gegen andere sind Rüstungen aber wirkungslos. Okay. Ich habe ihn jetzt gemacht. Effekte anzeigen. Level ab. So, muss ich drücken. So, okay, Leute. Wir müssen uns, können wir uns jetzt was hier raussuchen. Ich wollte erst mal das mit dem Waffenmodifizieren skillen, oder? Ich glaube, das macht am meisten Sinn. So, Scharfschütze, das skillen wir dann auf jeden Fall auch. Das Ding ist, aber wir haben jetzt leider noch keine Scharfschützenwaffe. Deswegen würde ich das jetzt erst mal noch nicht skillen wollen. Ähm, ich bin ja glatt am Überlegen. Wir können auch Schleichen skillen. Bis beim Schleichen 20% schwerer zu entdecken. Kann man auch krass ausbauen. Ich würde aber gerne erst mal das mit dem Schlösserknacken skillen. Weil, ähm, das ist nicht nur so, dass es dann leichter ist, so Standardschlösser zu knacken, sondern wir können dann auch fortgeschrittene Schlösser knacken. Und, ähm, das, da kann man nichts verkehrt machen. Das machen wir erst mal. Wie so. Okay. Ah, shit, den Stimpack, den wollte ich nicht nehmen. Hab ich jetzt leider. Ne, gut. Ich bin ja auch noch dabei, das zu lernen, hier alles. Nur einmal. Rüstungswerkbank. Okay, da können wir noch nichts dazu hauen. Also man scheint schon standardmäßig da ein bisschen was modifizieren zu können, aber über das Leveln und über das Special-System kann man dann quasi noch bessere Mods dazu hauen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Naja, aber Stärke muss ich dann irgendwie auch noch Ruckmann auf 3 bringen. Hab ich doch was. Um auch seine Rüstung hier einfärben kann. So, wie komme ich jetzt in den Tunnel, ist die Frage. Werkstatt. Was ist denn das gewesen? Ja, das geht ja überall, Alter. Oh, Alter, hier ist mir jetzt wieder drin. Power-Rüstung. Ich finde eine Power-Rüstung um diese... Alles klar, äh, die Power-Rüstung kann man ja dann ranhängen. So, wo ist denn die scheiß Höhle jetzt hier? Wie komme ich denn da hin? Nein, 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 kleine Finger weg. So ist's richtig. Das ist jetzt Volubrand. Und jetzt sag's. Nein, nein. Na los. Ah, genau. Hallo, Schatz. Hör zu. Ich glaube, Sean und ich müssen dir nicht sagen, was für eine tolle Mutter du bist. Aber wir machen das trotzdem. Du bist nett. Liebevoll. Haha, lustig. Ganz genau. Und geduldig. So geduldig. Echte Engelsgeduld, wie deine Mutter immer gesagt hat. Jetzt, Sean, wo wir alle zu Hause sind. Das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Ich werde wieder ein ganz normaler Zivilist. Und du staubst mal dein Jura-Diplom ab. Bei allem, was wir tun. Ganz egal, wie schwer es auch wird. Wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Sean. Tschüss. Sag tschüss. Bis dann, Schatz. Wir lieben dich. Ich muss mich hier gerade wirklich ein bisschen zusammenreißen. Eigentlich wollte ich nur noch mal schauen wegen dem Tunnel. Ich habe das da abgespielt, außer sehen. Alter. Versteck sie einfach bei den anderen. Wenn uns die Natur mit einer Höhle direkt unter dem Laden... Der Laden ist hier. Das könnte natürlich auch sein, dass ich ein bisschen vorlaufen muss. Ich gehe doch so einen Berg holen da. Wartet mal eben. Müllcontainer? Hier komme ich nicht rein. Nein. Warte mal. Wir gehen mal hier lang. Ah! Okay. Alles klar. Okay. Dann gehen wir gleich mal rein. Irgendwie sind leuchtende Pilze. Ja, sind sogar leuchtende Pilze. Das ist ja witzig. Das hier. Höhrenpilz. Bläh, bläh. Das sieht wirklich aus wie... Alter. Ich muss gerade irgendwie an Höhrensturz denken. Einen guten Kollegen. Oh! Vielen Dank.